Du bist der Wahnsinn. Weiter. Jetzt hast du eigentlich was an mir aufgefallen. Du hast vier Ohren. Sie kotzt jeden Tag statt Frühstück. Kriegst du ja Kien. Na, oder? Haut's euch richtig rein. Ich liebe dich nicht. Ich habe keine Ahnung von mir. Aber ich kenne den Aszendenten und furzendlich nur, wenn ich nicht im Zimmer bin. Das ist wahnsinnig deprimierend. Sie kennt das noch nicht so. Ist es Ihnen bekannt, dass Kinder die Träger der Gefühle der Eltern sind? Oslo! Du hast mich verlassen, Herst. Ich muss jetzt da raus, weil sonst bin ich dauernd auf den Pipi. Wir ziehen die Kleinen zur Selbstständigkeit, indem wir sie allein an ein Mischli zubereiten lassen. Ich wüsste schon lieber genau, was sie da reintun dürfen. Dinkelflocken, Kokosflocken, Rosinen. Äh, Moment, Rosinen? Rosinen ist pur riskierend. Alter, ihr habt echt Probleme. Yeah. Ich kann nicht mehr mithalten mit deiner Coolness, mit deiner Lässigkeit, mit deinem Hipster-Schnurrbart. Ich kann jetzt hier nicht im Supermarkt drüber reden, ob man eine Affäre anfängt. Das geht nicht. Ich weiß nicht, warum ich nicht zufrieden bin. Versteht das keiner? Ich glaub, sie versteht's. Was hatte ich bloß? Was hatte ich bloß? Sie waren sie nicht geworden? Du kannst kochen und du hast deinen großen Schwanz. Ja, danke. Das hat sie zum Beispiel nie gesagt. Wo bin das an? Was ist passiert? Was hatte ich bloß? So ruiniert. Ich glaube, das ist alles irgendwie anders. Ich glaub, das kommt dir nur so vor. Ich glaube, das ist alles. Ja, danke. Ich glaube, das war's. Ich weiss. Untertitelung des ZDF, 2020